Ein großer Tag. Heute ist ein großer Tag. Herr im Himmel. Jimmy, dein Freund ist hier. Wo zum Teufel wollt ihr so spät noch hin? Polizeilicher Sondereinsatz, Dad. Wer ist der Cop? Ich bin der, Dad. Wir beide sind so. Ich brauch jetzt eine Zigarette. Und was soll ich jetzt tun? Soll ich einen Drogendealer ausrauben? Drogendealer ausrauben? Du sollst sie nur ein bisschen beschatten. Und für deine Zeit davon gibt's Kohle. Weil alles da bleibt, was angeliefert wird. Nichts geht wieder raus. Was ist das? Die Gefriertruhe, die hat ein Schloss. Das macht dich neugierig, was? In so eine Sache sollte man seine Nase nur dann stecken, wenn es einfach und ungefährlich ist. Wie du das gerade eben gesagt hast, klang das cool. Jemand baut einen Safe in einen Lebensmittelladen, richtig. Und wir haben ihn gefunden. Ja, präzise. Wie können wir das, was da drin ist, da rausholen? Hallo? Ja, hallo. Einen Diamantbohrer? Der Typ muss ein Bankräuber sein oder sowas. Ja. Voll cool. Wo hast du den Van versteckt? Bitte sei's nicht. Bitte nicht der Wagen. Bitte sei's nicht. Was ist das da? Ah, nichts. Ne Biene ist in mein Gesicht geflogen, als ich das ausgelegt hab. Die Tresurtür ist nicht so alt, aber wenn wir einen Fehler machen, riskieren wir einen Alarm. Außer wir engagieren einen Profisave-Knacker. Was wir nicht wollen. Was wir nicht wollen. Öffne den Safe. Ganz sicher? Hallo? Du meinst also, wir bohren uns durch den Boden des Apartments? Okay. Du kennst den Drill. Es gibt noch einen Haken. Es könnte einen Mieter geben. Wir fesseln ihn einfach oder so. Wer packt denn das? Öffne ihn! Vergesst alles, was ihr zu wissen glaubt. Ihr seid keine Schüler mehr. Ihr seid X-Men. Ja!